Hallo Seekräuter, hallo Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in diesem Video. Wir wollen diesen Monat wieder ausklingen lassen, den Monat August, und die aktivsten Chatter bei uns im Livestream würdigen. Und Danke sagen mit unserem Krautsfunding, Seekrauts-Euronen-Programm sozusagen. Ihr sammelt Punkte dafür, dass ihr aktiv im Livestream bei uns zuschaut und aktiv im Chat seid. Dafür bekommt ihr alle 10 Minuten Punkte gutgeschrieben und wer am Ende des Monats die drei meisten Punkte hat, ab da an gibt es eben Preise, der dritte, der zweite und der erste Platz, 3 Euro, 2 Euro und 1 Euro, also jeweils dann absteigend. Und ja, diesen Monat haben wir wieder einige Punkte hier zusammengesammelt. Neophyte 65 hat 391 Punkte gesammelt. Big Ben, jemand Neues, der hat vorher noch nie Seekrauts-Euronen gesammelt, 289. Und League of Bob 261. Tom, der sonst auch immer unter den Top 3 mit dabei war, musste diesmal ein bisschen abreißen lassen. Ich denke, das liegt wohl daran, dass er bei der Gamescom war und da waren ja doch drei Streams, glaube ich, in der Woche. Also von daher, ja, nächsten Monat wieder anstrengend, Tom. Und dann hast du wieder die Chancen, ohne die ersten drei hier zu kommen. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei allen Zuschauern, bei allen aktiven Zuschauern bedanken, die dann hier dran teilgenommen haben. Und ja, neuer Monat, neue Chancen. Also jeder, der jetzt sagt, ey, da möchte ich auch mitmachen, ganz einfach bei YouTube abonnieren, einloggen natürlich vorher. Und dann bei den Leistungsdabeisein und im Chat einfach aktiv sein. Dann sammelt ihr Punkte und dann könnt ihr nächsten Monat schon Erster sein. Das ist theoretisch ganz, ganz einfach und ja, sammelt einfach für mindestens 15 Seacrauts-Euronen. Also das heißt, dann fünfmal Erster werden und schon seid ihr dabei und könnt hier Seacrauts-Euronen von uns einlösen lassen. Denn die Seacrauts-Euronen sind nichts anderes als quasi virtuelles Seacrauts-Guthaben, wofür wir euch im Premium-Store dann etwas schenken würden. Ja, so als wirklich große Dankeschön dafür, dass ihr so reichhaltig oder so aktiv im Chat seid. Ja, die ersten drei haben wir bekannt gegeben. Ich freue mich jetzt auf den Monat September mit euch, auf viele weitere Chat-Erlebnisse und Livestream-Erlebnisse. Ist immer super intensiv mit euch. Das ist immer total toll, dass ihr einfach so viel dabei seid. In dem Sinne, ich trage jetzt hier die Tabelle ein, dann könnt ihr sie nachher abrufen und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video hier auf dem Seacrauts-Kanal. Euer Seacrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Video hier auf dem Seacrauts- Skilante Skilante und so no dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017